Servus, ich melde mich heute aus dem Main-Donau-Kanal. Wir sind circa bei Kilometer 13. Ja, was soll ich sagen? Erste Schleuse ist hinter uns. Wir fahren mit circa 8 kmh bei 1800 Touren. Ist am effizientesten mit 2,3 Liter. Es regnet mal wieder. Man sieht es ja, wir sind wieder eingemummt. Sie hat sehr schön in der Mitte des Kanals. Hoffentlich überholt uns keiner. Oder übersieht uns dabei. Ja, ich werde jetzt dann langsam mal für die nächste Schleuse vorbereiten. Wir hören uns später noch mal. Tschüss.